Der Deutsche Maschinen- und Anlagenbau verzeichnete im Dezember einen Rückgang seiner Aufträge von 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das Inlandsgeschäft stagnierte, im Ausland hatten wir dagegen einen Rückgang von 14 Prozent. Dieser Rückgang lässt sich sehr gut erklären mit dem Basiseffekt. Wir hatten im Dezember 2010 einen sehr auftragsstarken Monat. Hinzu kommt natürlich auch, dass gerade der Dezember immer sehr schwankungsanfällig ist. Wir haben Überreinigungen in der Statistik, bei den Unternehmen selbst, Nachmeldungen. Insofern ist er nur bedingt aussagekräftig. Gleichwohl müssen wir weiter konstatieren, dass der Auftragseingang weiter rückläufig ist, aber auch nicht im dramatischen Ausmaß. Mit den Dezemberergebnissen unserer Auftragseingangsstatistik liegen uns auch die Jahresergebnisse vor. 2011 war ein erfolgreiches Jahr für den Maschinenbau. Wir hatten einen Zuwachs im Inland von 13 Prozent, im Ausland von 9 Prozent. Im Jahresverlauf sehen wir natürlich auch hier die Abschwächung, aber gleichwohl ein zweistelliger Zuwachs ist wirklich bemerkenswert. Der Maschinenbau ist sehr heterogen, hat zahlreiche Produkte und insofern fallen natürlich auch die Ergebnisse der Statistiken immer sehr differenziert aus. Das ist auch beim Auftragseingang der Fall. Wir haben eine große Spreizung. Das geht von fast 50 Prozent Zuwachs im Jahr 2011 bis hin zu Rückgängen bis 15 Prozent. Besonders erfolgreich waren im letzten Jahr die Werkzeugmaschinen, die Robotik und Automation. Weniger erfolgreich die Holzbearbeitungsmaschinen, die Verfahrenstechnik und auch die Textilmaschinen. Aber wie immer steckt auch hier eine unterschiedliche Entwicklung dahinter. Beispielsweise bei den Holzbearbeitungsmaschinen lief es sehr gut im Anlagenbau, während kleinere Maschinen eher Probleme hatten, eher noch Probleme hatten mit der Wältigung der Baukrise. Bei der Verfahrenstechnik ist es so, dass die relativ gut durch die Krise gekommen sind und jetzt erst die Folgen spüren. Bei den Textilmaschinen wiederum ist es so, dass die schon deutlich über das 2008er Niveau hinausgestiegen sind und nun eine zyklische Abschwächung spüren, auch dadurch bedingt, dass sehr viele Kunden in China sitzen und in China gebremst worden ist.